Der Wind ist da, stört sich das sehr, der Wind, ist das irgendwie vom Nachteil? Deswegen haben wir auch das Wetter, unser Christian von Trialog, also, aber es wird ruhiger, Jens Gerson, das sehe ich hier auch. Applaus Wir sehen, wir sind 2-4 Stunden wieder, Dankeschön, zwischen der Wechselzone. Ja, bravo! Applaus 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 Heerbindner! In der Seite noch Paul Klaus von Weiz. Der macht den schnellsten Wechsel! Reinkreuz unter Wienemeyer und da raus! Heerbindner ist nur wenige Minuten im Ziege. Danke! Der Michael Stark im Ziel, unter anderem LFV Oberholz.